Was ist denn für eine Mütze auf, Alter? Ich hätte dich jetzt fast abgeknallt, ey. Was, mich? Ich bin drin, Alter. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense the Survivor wieder hier. Und heute gibt es wieder mal einen Raid of Customs mit Klaus und Grofogi. Es war ein sehr schönes Raidchen und leider hat uns Grofogi zu früh verlassen im Spiel. Aber Klaus und ich hatten noch jede Menge Spaß. Und es war ein wirklich schöner Raid, so wünscht man sich's. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da, wenn ihr mögt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Sense the Survivor. Tschüssi. So, okay. Achso, brauchst du ja noch Lucky Strikes, die brauchst du doch. Prophore hier hinten in dem kleinen Fass in der Ecke. Derzeit, oder? Ja. Gut, wir wollen ja Skeffs töten. Klaus, was bist du? Wir wollen zum Skeff-Checkpoint, würde ich sagen. Ja. Ich bin schon auf der anderen Seite, ja. Aber wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Jetzt an der Brücke könnten wir hier kommen, ne? Mhm. Boge, bist du da hinter uns? Ja, ich seh' euch. Oben auf der Brücke gezielt. Hat's euch neben links? Okay. Ich hör' selbst. Wo? Oh, das hat Grofogel. Ja, ich bin schon hinter euch, oder? Bin dem gerade mal stehen geblieben. Mike, bleib mal stehen. Ah, dann warst du das. Wir können hier durch das Warehouse durchlaufen. Du hast Lampe, Klaus? Mhm. Okay. Okay. Da, warte ruhig. Ruhig. Komm, was? Was hast du denn? Ja, ja. Matze, guck mal links an dem Ball. Der Blut. Krass. Junge, jetzt... Wärst du aufgestanden, wärst du tot gewesen. Ja, ich dachte mir schon, ich halt mich raus. Oder war das Grofogi? Also, ich bin dann nach rechts weg gedriftet. Die Schüsse hinter mir... Ja, da war das Grofogi. Der hat auch nicht bei... Auch einer so eine Atemschutzmaske. Ich seh ja nichts, wenn ja einer gelegen hätte, ich hätte den nicht gesehen. Oh. Besuch. Derjenner hat einen Zaun von euch? Nee. Nein, 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 alle. Kassen? Nee, nee, der ist hinten an der Wand. In der Ecke. Beim Rohr. Da ist ein Spieler. Ja, ja. Der ist da noch in der Ecke. Minus. Ja, Licht, 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 Licht. Junge, der hätt's aber gekriegt. Ja, ja, ja. Der hätt nicht genug gekriegt. Er könnte den Hals nicht voll kriegen. Nee, nee. Komm mal schnell. Ich muss die Polizei mal ausbrechen. Hey. Hier ist noch einer. Oh, nee. Da liegt der, Alter, vor. Jetzt nicht mehr. Minus, 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 Minus. Komm, Vorgi, bist du wieder tot? Ja, gleich im Kopf gekriegt. Ich hab noch liegen sehen. Und dann, ja. Warte, ich guck mal. Hm, gekillt. Bitte? Mein Kill. Oh, eine Maske. Sehr schön. So ein Kanal. Hm. Au, Bauerpank. Ich glaube. Ich guck. Ok. Ich guck mal. Gucken wir mal zu dem anderen. Rechts, rechts, das ist Kev. Ja, kann es abknallen. Profogi ist nicht mehr da. Da habe ich auch. Ja, ich bin klipp gerade. Minus. Sehr gut. So, ich klipp auch mal nach. Profogi, ich schmeiß da eine Knarre gleich mal weg, ne? Ja. Genau, wir kriegen das schon hin. Lass mich mal sehen, wie ich hier durch den Raid komme und so. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Du weißt ja, der Appetit kommt beim Essen. Wäre schon nicht schlecht, wenn wir dir heute noch da die zwei Quests wenigstens fertig machen könnten. Tja, von mir aus können wir dann eigentlich Richtung Ausgang oder so, ne? Ja. Dann müssen wir wieder zurück. Ne, warum? Drogenbude. Wir haben ja kein Exit auf dieser Seite hier. Ja, wir können auch rüber, aber wir tanke. Wir tanke können wir auch machen, ja. Wir haben doch noch wenigstens ein bisschen Action. Das sind die Tittenhügel hier. Sehr gut, sehr gut. Und das hier ist das Dekolleté, wo es runter geht. Sehr schön. Nice. Wieder eine schöne Ortsbezeichnung. Kann man nicht erklären. Oh. Was? Zwei Scabs. Das sind Garz. Das sind Garz. Das ist Reshalla. Reshalla liegt. Sehr gut. Noch ein Garz liegt. Okay. Ich bin drin. Ich komme von hinten. Nein. Hier stapft noch irgendwas rum. Ich muss eigentlich mal nachklippen. Vorsicht, Vorsicht. Warte, Klaus. Noch einer down. Okay. Ich bin am blauen Zaun. Ich bin hier drin. Einer müsste noch da sein. Wo bist du? Ich bin hier drin. Ich bin leer geschossen. Ich auch. So, alle liegen. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ey. Kein Schuss mehr drin hier. Fragen wir mal bei noch. Alter, später. Boah. Willst du die Pistole von Garz. Maler mitnehmen? Oder was? Kannst du... Nee, kannst du gerne haben. Geil. Danke. Boah, du hast nicht schon zufällig die Quest für den, oder? Dass du den killen musst. Nee, nee. Ah, schade. Hat der eine Dings dabei? Wer? Was denn? Ich bin noch drin. Lips, Karte? Ich bin noch drin, Klaus. Kannst du mal gucken. Was denn da für eine Mütze auf, Alter? Ich hätte dich jetzt fast abgeknallt, ey. Was? Mich? Ich bin nicht... Ich bin drin, Alter. Hast du den Kalt gemacht? Da lootet einer meinen Loot. Echt? Die Ratte, Alter. Schleicht sich hier rein und lootet? Gibt's doch gar nicht. In aller Seelenruhe. Wo bist du denn drin, oder? Ich bin drin, ja. Hier, wo die Tasche auf dem Sofa steht. Ja, komm, was? Hier links und rechts im Gebüsch. Ich bin, ich bin in einem blauen Zaun im Gebüsch, Klaus. Ja, ja. Ach so. Irgendwo ist was gerannt. Aber ich glaube noch auf der anderen Seite, oder? Da war noch nicht durch den Zaun durch hier, würde ich sagen. Oh, es war alter gegangen. Okay. Mal so schnell zu Ende looten hier. Wo liegen denn die ganzen Guts, hä? Boah, ich muss raus. Ein, ein und über, oder was? Eins, zwei, drei. Ja, da sind sie ja alle. Ich will die Pistole ins Trockene bringen. Ja, hast du die Pistole? Ja. Hier ist noch eine AK-103 und ein Alten. 95 Prozent. Okay, cool. Bei dem hier. Sehr schön. Oh. Ich habe es nicht gehört, glaube ich. Das ist ein Abhauen, komm. Ja, komm. Heck ja. Das ist einfach mal. So, ich ablehne. Dann. Oh. 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 So, ich habe es ein Abhauen. auch nicht wenigstens Schmugglerboot da bei der Pistole den Richella musst du den nicht selber getötet haben oder ja ja aber die Pistole ist egal echt ich dachte die Quest ist immer töte Richella und bring die Pistole oder so nö nö kann es getrennt machen okay ich hatte das letzte Mal einen Spieler erschossen der hatte die das ging auch natürlich nicht da es ist so klar es ist so klar wenn man es mal braucht ja ja geil wir sind entkommen noch nicht ganz aber fast weg ist aber Klaus Mr. Feuerstoß Klaus du sagst es waren diese Fliege alter schön Klaus danke für die Pistole Mann das ist echt cool Mann knapp 9000 xp achso 3.300 3.400 runden wir mal auf ja ich hab die Bosse da töten ich hab nicht einen dieser Hurtensöhne erschossen aber den Schaden sind da immerhin gut fast 1000 Schaden gemacht an den Körpern was wie viel ich gemacht habe wie viel 2033 krass echt alter 190 Schuss verballert ja das kriege ich mir da auch nicht hin 190 Schuss rauszudrücken in der Zeit bis zum nächsten Mal